Hallo liebe Zuschauer. Ja, heute geht es um das Thema Traumatisierung und was das Ganze ja strategisch auch oder was damit gewollt ist. Und das ist wirklich, denke ich mal, ein ganz, ganz krasses Thema. Wir fangen heute an natürlich mit den Menschen, die kritisch sind und ja auch die, die in der Öffentlichkeit stehen, die ja noch eine ganze Menge mehr aushalten mussten in den letzten Jahren. Aber ich möchte auch die Menschen ansprechen, denn ich glaube nicht, dass nur die Kritiker traumatisiert sind, sondern auch die Menschen, die ja einfach bei dieser ganzen Krise mitgemacht haben. Denn es ist ja eine Atmosphäre der Angst und diese Atmosphäre der Angst, der Unsicherheit, das macht mit jedem etwas. Und damit möchte ich heute gerne starten. Ich möchte euch aber auch am Anfang noch ganz kurz darum bitten, unseren Film Hope, der viele hunderttausend Mal gesehen worden ist, dass das Crowdfunding halt noch nicht erreicht. Es geht gerade wieder ein bisschen bergauf und ich hoffe, dass wir es noch erreichen, denn um so eine Projekte machen zu können, ist es einfach wichtig, dass wir natürlich irgendwo eine planerische Sicherheit haben. Ich und mein Team oder mein Team und ich. Und genau. Und das ist natürlich für uns ganz, ganz wichtig. Okay, kommen wir zu dem Thema Traumatisierung. Und ich habe mir dazu natürlich auch selber Gedanken gemacht, weil es hat sich was verändert für mich. Also ich fühle mich anders. Ich fühle mich nicht mehr so frei. Ich fühle mich in einer kompletten Unsicherheit. Das habe ich auch vorher schon gespürt, weil ich seit 2010 in etwa wusste, dieser Karren fährt gegen die Wand. Und womit ich aber nicht gerechnet habe, ist, dass mich das so tangiert, also so im tiefsten Inneren, dieses Gefühl, ja einfach nicht wirklich einen sicheren Boden unter den Füßen zu haben. Nicht zu wissen, was morgen ist oder übermorgen ist. Das hat natürlich auch etwas Positives, weil es uns zwingt, im Jetzt zu leben. Aber wenn man das mal einen Tag nicht schafft, weil die Energie nicht so da ist, dann macht das schon was mit einem. Und man hat, und so geht es mir zumindest, immer öfter natürlich auch kurze depressive Phasen, in denen man sich dann wieder motivieren muss, dass man einfach weitermacht. Und ich habe mir ein Motto gesetzt, und das möchte ich auch vorwegnehmen. Das ist das Motto, wenn das mein letzter Tag im Leben wäre, würde ich trotzdem anfangen, ein Haus zu bauen. Und ich glaube, diese Herangehensweise und diese Philosophie hält mich eigentlich dabei, dass ich also jeden Tag, auch wenn er manchmal schwerer ist, ja einfach das tun lässt, was mich voranbringt oder was uns voranbringt. Und genau diese kritischen Momente, ja einfach dann auch in die Öffentlichkeit zu bringen. Ich möchte nochmal so ein bisschen auch tiefer eingehen, denn diese Traumatisierung ist ja eine permanente Unsicherheit. In dieser Unsicherheit müssen wir jetzt leben. Nichts ist mehr sicher. Also wenn man einfach mal so in die normale Welt guckt, wir wissen nicht, ob eine kriegerische Auseinandersetzung in der Ukraine auch nach Europa und auch nach Deutschland eskalieren kann. Wir wissen nicht, was dieser digitale Transhumanismus mit uns machen wird. Wir wissen nicht, wie wir einfach auf die Politik Einfluss haben können. Wir sehen das ja, tausende von Demonstrationen sind eigentlich im Sand verlaufen. Man hat eigentlich kaum etwas erreicht. Man hat schon irgendwo einen Druck aufbauen können. Und ich glaube, dass auch ein Bewusstsein da ist, dass es viele Menschen gibt und immer mehr Menschen gibt, die nicht mitmachen. Aber trotzdem ist es so, dass wir einfach so, einfach auch manchmal so spüren, bringt das überhaupt etwas? Und wir sehen das im Moment, obwohl die gefährlichste Situation für einen europäischen Krieg seit 70 Jahren ist, gehen viel weniger auf die Straße als zum Beispiel die Millionen, die bei dem anfangenden Irakkrieg auf die Straße gegangen sind. Auch da hat es natürlich nichts gebracht. Der Irak wurde trotzdem angegriffen und die Friedensdemonstrationen haben auch damals nichts gebracht. Da sollte man sich natürlich mal die Frage stellen, wie machtvoll ist eigentlich das Volk und wie viel Demokratie haben wir eigentlich noch, wenn trotzdem, also wenn eine Gesellschaft zu Millionen auf die Straße geht, dass das dann auch nicht hilft. Und das haben wir natürlich auch in den letzten vier Jahren gesehen. Millionen von Menschen sind auf die Straße gegangen, in ganz Europa, auf der ganzen Welt. Und im Endeffekt hat sich nichts verändert. Noch nicht mal Aufklärung oder in den wenigsten Ländern findet Aufklärung der letzten vier Jahre statt. In Deutschland gar nicht. In Deutschland wird das alles unter den Teppich gekehrt. Aber auch die Milliarden, die in die Kriegsindustrie gehen, auch da muss man sich die Frage stellen, warum gehen die Menschen nicht auf die Straße? Sie werden beraubt um ihre Steuergelder und trotzdem dürfen keine Fragen gestellt werden. Es wird einfach, die Gesellschaft wird vor vollendete Tatsachen gestellt. Und das macht natürlich eine unglaubliche oder lässt eine unglaubliche Machtlosigkeit nicht nur als Individuum, sondern auch als Kollektiv spüren. Und dazu kommen natürlich die ganzen anderen Dinge, gerade bei den Kritikern, die das Ausgrenzen, auch natürlich die, wenn man sich öffentlich äußert, die das Risiko, dass man seinen Job verliert oder ihn schon verloren hat, so wie ich oder seine Sponsoren, ein Bashing natürlich, ein rechtes Bashing. Auch wenn man ganz links stand, ist man plötzlich ganz rechts. Also man findet sich plötzlich in einer Bubble wieder, die man vorher eigentlich eher so als Feind, oder ja auch heute manche noch als Feindbild sehen, weil sie einfach mit vielen Ideologien der rechten Bubble eigentlich nichts zu tun haben. Also sie sind plötzlich in etwas, wo sie sich unwohl fühlen. Und was auch nicht ihrer Identität entspricht. Und ja, man muss natürlich auch fragen, was ist rechts und links? Auch das kann man alles in Frage stellen. Da habe ich überhaupt kein Problem mit, mittlerweile. Ich weiß auch heute nicht mehr, was links und rechts ist, denn im Endeffekt geht es eher um etwas anderes. Es geht nämlich darum, was ist Gerechtigkeit? Und darum geht es ja eigentlich, um Gerechtigkeit, um Toleranz, um ja einfach auch Fairness und soziales Miteinander. Und alles das findet aus meiner Sicht nicht mehr statt. Aber es geht natürlich vielen Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, noch viel, viel schlimmer, denn sie werden teilweise vom Verfassungsschutz beobachtet. Also man weiß das Handy, jedes Gespräch. Man hat immer ein ungutes Gefühl, wenn man weiß, da hört jemand mit. Und man kann sich einfach nicht mehr öffentlich unter Kritikern natürlich vernetzen, denn es wird immer gegenein verwandelt. Das ist natürlich jetzt nichts etwas, was man täglich spürt. Man macht es, oder die meisten machen es wahrscheinlich trotzdem. Und trotzdem ist da eine Unsicherheit und es macht was mit einem. Aber auch natürlich die ganzen Kommentare, unter den guten Kommentaren gibt es natürlich auch viele Hasskommentare, ganz, ganz üble Bots, die einfach etwas schreiben, was erniedrigend und hasserfüllt ist und uns in eine Ecke stellt. Aber auch das geht noch schlimmer, denn gesperrte Konten, Unsicherheit in dem Business, in diesem journalistischen Business, was ja sowieso schon extrem unsicher ist, Das muss man ja ganz klar sagen. Ich weiß nie am Ende des Monats, kann ich meine Leute bezahlen oder kann ich sie nicht bezahlen. Es hängt ganz von den Leuten ab, die mich unterstützen und ja, man kann ein bisschen die Stellschrauben stellen, dass man etwa weiß, wenn man jetzt einen Film macht, dass man über das Crowdfunding dann einfach zum Beispiel Geld reinkriegt oder andere Projekte, dass das vielleicht dann dieses normale Spenden über die Blogs und über den normalen Tagesthemen, dass sich das dann kompensiert. Aber die Unsicherheit ist immer da. Ich weiß nie am Ende des Monats, ob es klappt. Und man ist immer natürlich in einem Dauerstress, in einem finanziellen Dauerstress. Dazu kommt natürlich dann auch die gesperrten Konten. Auch mir ist das schon passiert. Vielen anderen ist das schon mehrere Male passiert. Auch das ist eine unglaubliche Unsicherheit. Und ja, man muss sich umorientieren. Manche müssen sogar auch, weil sie diese Unsicherheit nicht mehr ertragen können und auch damit rechnen müssen, dass Hausdurchsuchungen stattfinden, ins Ausland fliehen, um sich einfach diesem Stress zu entziehen. Das sind natürlich wirklich krasse Situationen und das macht natürlich etwas mit einem. Und ich kann einfach nur von mir sprechen. Ich bin ein sehr intuitiver Mensch und ich spüre natürlich diesen Stress und habe aber glücklicherweise eine starke Verbindung zu meinem intuitiven Bewusstsein und einfach, dass alles gut wird und alles auch seinen Sinn hat und dass ich in diese Zeit auch ein Vertrauen stecke. Aber dieses Vertrauen ist natürlich mit der rationalen Welt oder in der rationalen Welt immer ein großer, großer Unsicherheitsfaktor. Und dieser Unsicherheitsfaktor, der macht etwas mit einem. Ich merke, dass ich auch trotz Meditation oder auch trotz Radfahren, wenn ich drei, vier Stunden Rad fahre, diese Entspannung, die ich kenne, dieses Ruhegefühl nicht mehr habe, so wie es einfach früher war. Und dazu kommen natürlich auch noch viele andere Sachen, der Elektrosmog, 5G und natürlich die permanente Berichterstattung. Und in dieser Berichterstattung des Mainstreams haben wir ja auch sozusagen keine Berechtigung mehr, irgendwo eine kritische Meinung zu äußern. Also wir sind praktisch unsichtbar, wir sind ausgegrenzt und wir sind praktisch in diesem Leben nicht mehr dabei. Und auch wenn wir einen politischen Weg gehen, werden wir ausgegrenzt. Das hat man ja jetzt zum Beispiel an den Wahlen gesehen, dass Leute, die die AfD gewählt haben und eigentlich gezeigt haben, wir wollen die Politik nicht mehr und auch die natürlich die Sarah-Wagenknecht-Partei gewählt haben, die bekommen dann trotzdem wieder diese Politik, obwohl sie schon fast die Hälfte der Bevölkerung sind. Und das ist natürlich wirklich krass, wenn man etwas Altes nicht mehr will und den Mut hat, etwas Neues, was wirklich außergewöhnlich ist in Deutschland, weil die Leute sind eigentlich nicht mutig oder zumindest aus meiner Sicht und das Wahlverhalten sich so extrem verändert, dann müsste man ja eigentlich sagen, okay, jetzt müsste ja die Bestandspolitik wieder mehr auf die Gesellschaft zugehen, der Gesellschaft zuhören, die Wünsche umsetzen, die die Gesellschaft hat. Aber genau das Gegenteil wird gemacht. Es wird gesagt, die sind alle rechts. Dabei sind es Protestwähler und sind Leute, die einfach die Wahl haben zwischen einer Politik, die für Krieg steht und für andere verrückte Dinge, die wirtschaftlich einfach unfähig ist, da einfach strukturiert, auch sozialpolitisch zu denken, die einfach immer mehr Unsicherheit in die Gesellschaft bringt, die auch Schuld an dieser Inflation ist durch die letzten vier Jahre und deren Maßnahmen. Das heißt also, diese Politik macht einfach so weiter wie bisher und ignoriert eigentlich, dass die Hälfte der Gesellschaft endlich eine Erlösung haben möchte, eine andere Politik. Und das ist eigentlich das Krasse. Aber kommen wir auch zu den Leuten, dem Rest der Gesellschaft, die natürlich mitgemacht haben und die genauso, glaube ich, extrem traumatisiert sind. Denn gerade auch Selbstständige werden immer mehr ausgebeutet, weil sie für jeden Job neu verhandeln müssen und neu kämpfen müssen. Auch das ist natürlich in dieser Zeit der Inflation eine krasse Belastung. Und auch die Inflation hat viele Leute natürlich ins Elend gestürzt und mit Sicherheit die Obdachlosigkeit nochmal radikal nach oben gejagt. Und auch da ist natürlich eine Hoffnungslosigkeit. Aber man hat natürlich die Hoffnung, indem man mitmacht, dass man irgendwie sich da durchwurschteln kann. Und irgendwann werden die Politiker schon dafür sorgen, dass es besser läuft. Und auch der drohende Krieg wird mit Sicherheit in der Bubble, die nicht kritisch ist, genauso als Belastung gesehen. Und ich glaube, dass das ja einfach trotzdem einfach einen starken Einfluss auf die Menschen hat. Ja, aber auch die Spaltung der Familie, auch die Spaltung von Verwandten, von Freunden, auch das wird die andere Seite nicht einfach so wegstecken. Und deswegen glaube ich ganz einfach, dass auch die andere Seite extreme Probleme hat, diese Zeit zu durchleben. Auch wenn wir das als Kritiker vielleicht nicht verstehen und sagen, sie sind feige und sie ducken sich und stecken wie ein Strauß den Kopf in den Sand. Ich glaube, ja, das tun sie. Aber ja, sie sind vielleicht auch schon stärker traumatisiert, sind abhängiger. All diese Dinge weiß man nicht. Und Mut ist natürlich auch etwas, was nicht jedem gegeben ist. Also von daher glaube ich, sollten wir einfach auch vielleicht ein bisschen mehr Verständnis haben und vielleicht mit sanfter Aufklärung diese Menschen Step by Step auch zu uns holen. Denn wenn wir die Mehrheit sind, dann haben wir, das ist die einzige Chance, die ich sehe, wenn wir die Mehrheit sind von Menschen, die da spüren, dass das hier alles nicht mehr in die richtige Richtung läuft, dann ist vielleicht eine Chance, dass die Gesellschaft den Druck so erhöhen kann, dass man etwas verändern kann. Ich bin aber auch gespannt und damit möchte ich eigentlich diesen Vlog schließen, wie ihr diese Zeit erlebt, also wie euch die Belastung trifft und ob euch das Ganze traumatisiert, ob ihr auch dieses Gefühl habt wie ich, dass man schon eigentlich an einem schönen Ort ist, dass man viele Dinge genießen kann, aber dass sie trotzdem einem nicht mehr so tief diese Ruhe geben wie vor der Krise. Es ist eine permanente Unruhe und nur wenige Tage gelingt es mir, diese Unruhe komplett aufzulösen. Die meisten Tage im Jahr habe ich diese Unruhe und schreibt doch bitte mal in die Kommentare, ja, wie es euch geht, weil ich lese schon auch viele Kommentare, aber es ist halt auch sehr belastend, das muss ich natürlich auch dazu sagen, weil die üblen Kommentare, die machen schon etwas mit einem. Auch ein Ding, was einen traumatisiert und deswegen seid nicht böse, wenn ich ab und zu nicht auf jede E-Mail und auf jeden Kommentar antworte oder auf Kommentare antworte ich sehr selten, aber ich lese sie trotzdem. Also ihr helft damit ja auch, diesen Kanal mehr zu verbreiten und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr ein Abo da lasst und ja, einfach auch die Glocke anmacht. Und noch das Wichtigere natürlich, den Newsletter zu abonnieren. Ich bedanke mich bei euch und auch danke für die Unterstützung im Namen auch meines Teams, dass wir diese Arbeit machen dürfen und philosophische Gedanken einfach mit euch teilen dürfen. Und ich denke, das ist auch etwas Wichtiges, dass wir uns sehen und fühlen können und dass wir ja einfach in der Zukunft das, was wir tun, immer mehr vernetzen können. Und ich glaube, das ist auch ein Beitrag, ein wichtiger, hoffe ich. Und ich freue mich auf euch das nächste Mal. Euer Kai Stuth. Und ich freue mich auf euch.